ich weiß nicht ob dein hey drauf war weil ich obs gerade nicht sehe sonst hätte ich das nicht gesagt aber ich bin jetzt einfach mal zum notfall noch erwähnt weil ich tot bin werde ich oben erst mal in vordergrund machen dann sehe ich das 2 gegen 2 tage ist gerade am download von etwas anderen nicht nicht darüber in drei hochladen zwei beiden sind die zwei sind die zwei sind links bei dem ist es dann von uns aus links ist die sag ich denke uns das wort aus links hat dein maul weiß genau wo links ist wirklich nicht von uns aus ja welche daumen hey der wurde daumen recht Wie behindert bist du denn? Das macht doch gar keinen Sinn, der Spruch. Das Gegenteil von rechts. Wie dumm bist du denn? Wenn du weißt, wo rechts ist, weißt du auch, wo links ist. Wenn du weißt, wo der Daumen rechts ist, weißt du auch, wo links ist. What the fuck? Gut gemacht. Pass auf, ich mach nicht so, du willst rechts lassen können. Nein! Scheiße, die 18 hoch, Alter. Das ist ja verringt, Dicke. Leute, wann hast du David gekehlt? Leute, willst du mich verarschen? War das im Fenster? Ja. Ich hab nicht gesehen, dass du ihn gekehlt hast. Ich dachte, er hätte die ganze Zeit daneben geschossen. Ja, hab ich gesagt, gut gemacht. Ich dachte, er hätte die ganze Zeit daneben geschossen. Die ganze Zeit. Yuki hat das jetzt gut gemacht, weil er mich grad gekillt hat. Nee, ich dachte, gut gemacht, weil er nicht... Bei Misa-Zauce-Zetsu hätte er dich nicht getroffen. The fuck? Ich dachte, das war eben noch zwei. Deswegen hab ich rechts gesagt. Weil ich dachte, da wär jemand. Was? 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 Oder was? Einlass beim Heli. Also nicht oben drauf, sondern nur anders. Das ist mir klar. Den hab ich nämlich geflasht und den hab ich mich auch selbst geflasht. Toll. Der andere ist da auch, der andere ist da auch. Ui! Ich hab ihn nicht gesehen. Oh, da war okay. Oh. Oh. Aber ja, ich muss ja auch für mich gesehen hattest. Ich dachte, das dauert. Näh, näh. Näh, näh. Das war das letzte Mal, als wir Dings gespielt haben. Nein. Äh, intern. It was close as fuck as fuck fuck. Niiiice. Bereit mal für die nächste Runde. Gut gemacht, Team. Bereit mal für die nächste Runde. Du hast echt viel gemacht, Julian. Ja, ich mach's. Weil, wenn die halt immer da lang geht, kann ich ja nix spielen. Oh, Seitenwechsel. Verdammt, egal. Ja. Ich bin da mal so ruhig grad auf der Seite. Was? Ich bin da mal so ruhig grad auf der Seite. Ja, eben dachte ich mir halt auch. Wir sind bei B. Die sind bei B? Sehe ich auch so. Sneakie Biki. Ja, wir sind bei B. Die Bombe wurde platziert! Ah, fuck! Wo ist, der ist, der ist drin bei, der ist unten im, 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 unter dem Helikopter-Dings. Ist das nicht? Ich hab keine Ahnung. Das war nur Rainer, nur Rainer, ne? Der war beim Helikopter-Dings. Oh! Nice. Ich hab, ich hab so gefällt bei dem Game, Mann. Ist lang getauscht. Na, der ist aber auch fünf Meter nach vorne gezielt. Die Bombe wurde platziert! Das Ziel zerstören! Das Ziel zerstören! Bombe erlacht! Chill, chill, chill. Lass es langsam angehen. Nein! Beide sind bei B. Oh! 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 Oh, da ist der bei B! Alter! Oh, der ist down, okay. Da ist noch einer, der könnte vom Heliport kommen. Die Bombe wurde platziert! Heliport, aufpassen. Jetzt gehen wir jetzt raus! Ist das denn? ich weiß nicht schön ich bin nur so keine Ender mehr bereit machen für die nächste Runde LOL was hast du mit einer Abschussserie krass das Ziel zerstellen so wo sind die denn? die sind ah verdammt der Leonard hat natürlich eiskalt oh NEIN doch oder die waren beide bei A schaffe Moment der andere ist A lang hinten noch der andere war A lang hinten der ist jetzt A lang der ist mit dabei bei A aber zum Glück die B Koffer geht die Ione weg bei B bei der uns vor na egal der muss ja da oh schade du hattest ne 7er killseger hattest du schon alles eingesetzt oder hattest du noch irgendwas achso Null eigentlich aussah halt die äh Konter äh außer die ich hab die ähm Predator die Kontert na äh 8 Uhr und sagen sie es ok Konter Krone in der Luft Aufklärungskrone online oh Snipe da mehr oder was du siehst wo sie sind aber sie sind ja nicht bei wesentlich fallen oh fuck ah 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 das erst mal wählen weißt du oh nice man Stein rockt einfach du machst gar nichts Julian ich kann nichts dafür ich seh meistens keine Gegner das kann ich denn dafür ich kann meine böse Leute das sind ja böse Leute dass die auf uns schießen ein einer lang wow lang immer noch war bisschen knapp ne joh das war er ist auf A ja der ist irgendwo noch A lang der wird gerade geflasht D oh der war auf A Hotspot der war auch in Spots ahhhh Stein! Was war das denn? Ich weiß, dass du drauf warst. Du hättest einfach messern können. Du stellst dich in den rein. Oh mann. Ich hab einen gekillt. Ich hab einen gekillt und bin gestorben. Ja, ja, machen wir mit Absicht. Ja, aber what the fuck. Ich war aber echt voll drauf. Ich frag mich echt, warum ich nicht gestorben muss. Oh. Oh shit. Oh shit. Ernsthaft? Ja. Du hättest wenigstens bitte die Fresse. Ich hab nie gesagt, dass du schlecht bist. Nein, das meinte ich nicht. Und damit ich die wenigstens bisschen hören kann auch. Wenn Lennart bist du bestimmt. Ja. Die Bombe wurde platziert. Ah fuck. Nice. Alter, der kommt doch. AIDER ISN. Ja,飯. Ne, ist frei. Mann. Geherzten, jo. Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambs. Das hört man mich nicht mehr so klicken, oder? Ja. Ja. Ja, gar nicht, nein. Das ist gut. Oh. Das ist jetzt doof. Kann man theoretisch die Bombe ablegen? Ne, ne. Das drauf ist egal. Alter, ich bin so direkt im Scheiß, Mann. Du siehst ihn! Links! Ich hab... Ja, ich weiß, ob du ihn gesehen hast. Ace. Ace bei zwei Leuten, krass. Ich konnte ihn noch gar nicht sehen. Er war doch hinter der Box, ich konnte ihn noch gar nicht sehen. Du hast einmal... Du hast den in seinen Kopf ganz leicht gesehen. Ja, okay. Also zumindest... Alter, wie dumm bin ich denn? Boah, wie lange ich die Waffe lieben und die Mutter... Äh, what? Lol. Okay, der ist bei B. Wer von wem? Lert. Das hat mir jetzt schon... Wo kommt der gleiche Kiste wieder vor? Weil ich hab mich eigentlich gar nicht bewegt. Was halt? Dann pitt ich mich mit einem Bild. Blätter, ne? Haha. Von P zurück, Blätter. Der kommt zu A. Der ist zwischen A und B, David. Die von wo? Nein, Alter. Was? Alter. Der muss rot as fuck sein. War auch mal. Ja. Der Stein, du fuckst mich grad so. Nein, 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 nein. Ja. War der oben drauf? Okay, ich komm. Ja, ja. War der oben drauf? Super spielt irgendwie zwei. Du kannst... Aber erst mal der Zuschauer, weil die Team sind gerade gar nicht mal so unfair. Ich bin 6,5. Ja. Ja. Weil wir uns grad den Arsch abschliffsen. Ja, trotzdem ist jetzt die Team sind die unfair. Scheiße, Jürgen, das war mega kackig von uns. Ja, ich hab schon wieder die kommen auch genommen, ich bin vollidiot. Und ich sag das nicht auch... Sag es halt doch ein bisschen lauter. Ach, stimmt. Das war ein fake, du vollidiot. Nein. Alter. Auf einen. Ey, was? Ich hab die zwei Mal... Der andere kommt von rechts. Der andere kommt von rechts. Ich hab den zwei Mal... Ich hab den zwei Mal getroffen bei mir. Hab ich nicht, aber... Bei mir schon. Nice, ja. Ja, ich sollte vielleicht auch nicht mehr Sniper spielen. Kannst du ruhig machen und mir den Arsch verkovern. Du, warte. Pass auf hier. Weißt du, was da immer geschlossen kommt? Ja, genau. Nicht die Bombe aufnehmen. Diesmal. Oh, Jürgen, das war Rätsel. Scheiße. Ha, geil, bin ich... Bin ich pro oder was? Ja, es war owa. Du kannst dich bitte noch erwischen, ich war unten. Habe ich eis kalt? Denke mal, sind sie der mich verschlossen gesehen, Jürgen? Hab ich das? Ja, und der hat dich gesehen, ja. Und der ist unter den Helipod gerannt. Ich hab nicht drauf geachtet, glaube ich, ich wollte eigentlich nur reingehen. Ah, okay, boah. Oh, man. Äh, kriegt man Punkte, wenn man jemanden kehrt und der dann im letzten Geschwächt liegt? Oder erst, wenn man den dann aus dem letzten Gefecht getötet hat. Ah, das Ziel verteidigen. Weil ich möchte halt wissen, ob es offensichtlich ist, dass man dann im letzten Gefecht liegt. Also jetzt klar war es... Jetzt war es natürlich offensichtlich zwei Hunden nicht vorbei, aber ich meine, so allgemein. Ich hab den keinen. Jetzt schick mir immer. Die Bombe wurde platziert! Okay. Chill Julian, chill. Chill doch! Man passt denn. Ja. Beim Helipod ist er noch. Wo oben drauf oder unten? Unten war der... Fuck! Jawohl, David! Oh, man! Wie die Scheiße! Die Läger drehen gleich! Julian, mach mal mehr Assists. Ja, mach ich gleich. Dann muss ich Assists machen. Damit wir genau gleich stehen, die Teams. Das war halt nicht von den Punkten her, aber trotzdem. Also. Muss David aber vorher noch ein Kill machen. Ja, das bringt ja nichts. Ist so. Ich weiß, dass er da... Oh. Oh. Wie das? Wie passt so? Alter, der Schatten hat mich mega absprochen. Fuck. Der ist hinter dem Container, aber der ist jetzt... Der ist genau hinter diesem Container. Der andere läuft, ist hinter diesem kleinen Häuschen. Der ist direkt vor dir. Moment. Längst. Boah, Alter. Du hast ihn gar nicht. Nein, ich habe ihn gesehen. Aber ich habe ihn nicht. Oh, Mama, Alter. Nein, die Sache war... Ja, bitte, bitte. Mann, ich kann die Scheiße in dem Spiel noch nicht. Vor allem nicht mit dem Visier. Mit dem anderen geht es ganz gut. Aber das Akkuvisier muss ich abmachen, ey. Das kann ich nicht. Selbstmeldung praktisch. Vor allem... Versuchen und zerstören. Nimmst du auf? Ja. Ja, klar nehm ich auf. Boah, er ist scheiße. Ich muss mal ziemlich scheiße ich bin, oder was? Ja. Der Feind lockiert unser Radar. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Einer bei A. Habe ich erst kalt? Wüsste ich gerne, ob ich erst kalt habe? Einer bei B. A. Was ist das? A. 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 B. A. 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 B. A. B. A. Nein, ich hab was für Gewächste, du! Yeah! Danke, du hast jetzt die Moral gesteigert. Juhu! Schießt er auf uns, ey! Fuck it! Genau, bei B, down. Oh, der hat auf B down! Oh, der andere ist bei A, hinten! Der hat mächtig am Arsch. Der ist hinten bei A. Ja, den musst du gerade ein bisschen alleine packen. Ah ja, easy. Nice one, Stein, hast du gut gemacht. Ja! Du weißt, was du unten rechts hast? Hab ich gesehen. Aber ich wollte jetzt nicht für den One-on-One verschwinden. Ja. Sie hat ja keine verschwenden. Sag ich ja nix! Hallo! Pass auf, ich bin halt gelaufen, war geflasht, leicht durch meine eigene. Ich bin dann halt diesem scheiß Teil da runtergelaufen, rechts. Und dann war ich halt dort unten, ich war noch auf diesem Seiten-Scheiß. Zum Glück. Also, David ist A, oder was? Das heißt... Oh. Was ist das denn? Wird schlecht. Das ist bei dem wir uns brauchen. was ist das denn? Du hast mal in die Mission zu Ende. Da... Ah! Huh! Seine geile Fix-O-Lo. Ja, Mann! jetzt wird aufgedreht man m4 kann ich dann nehme ich jetzt mal warte mal ganz kurz und dann die gehen beide zu b der eine ist drin der letztes drin der letztes drin drin ja unten unten drin beim helikopterplatz ist reingenommen jetzt sogar runtergelaufen glaube ich bin mir aber nicht da nicht ganz sicher jetzt schlecht ist wahrscheinlich zur gelaufenheit von unten kann man ja wo ungefähr stein ich schätze ich hab deinen namen tag nicht gesehen dick und doof unterwegs ich dachte jetzt ist euch gegenseitig ich bin viel röter als du jetzt im noten das war aus Versehen wie angeht wird man als wir das jetzt glauben ja als ob ich dazu loslache und ich extra nochmal an cheesy ob echt nicht getrackt hat oh mein sein spon, mein sein spon, mein sein spon, mein sein spon ich dachte wirklich dass das Lennart wäre ich dachte wirklich dass das Lennart wäre die Zeit wird knapp aber sie wird knapp aber ich bin so bepissen wenn ich extra anschieße oh nein der war in unten drin ich hätte meinen ich hätte noch einen Kiel brauchst für den Notfallabwurf oh nee hinter der ich hätte noch ein Kiel für den Notfallabwurf gebraucht oh man hätte ich den Notfallabwurf nicht ausgerüstet hätte ich jetzt übrigens schon äh wenn ich Predator äh Dingsmus gehabt Terrier Habt ihr Glück gehabt das Ziel verteidigen schießt der hinten rein ey der Panel oh der ist Wetter und davor oder beides wo ist denn der hin? weil lang scheint wieder einer zu sein oh da nein und drinnen Alter ich hab nicht gesehen erst als ich oben war ne ja unten drinnen beim Helikopter halt wieder unten oh jetzt mal komplettes Magazin rausballern bitte ich dachte du bist den Tag oh Oh, die Nid war krass. Der fackt da unten im Rush der... Pass auf, David nicht. Julian ist bei A und das... Nein, ja, du... A lang war der. Der hat deine G-18 wieder. G-18? Die Juden! Du kriegst richtig auf die Fressen. Rechts! Du dachtest, dass wir müssen flanken. Nee, nee. Also wirklich nicht. Nee, echt nicht. Ja, ich sag trotzdem schon! Ah! Weiß wer der Letzte ist? Jetzt geht's ab. Zamba! Zamba! Wenn der dort nicht geflasht ist, weißt du... Was? Ich hätt die G-18 auspacken müssen. Julian, guck dich in Killcamber. Ich hätt die G-18 auspacken müssen. Ich hab einfach... ich hab so lang... Als ob, Mann! Als ob! Du warst dauerhaft drauf, ne? Als ich reingekommen bin, hast du Insta geschossen, du warst wirklich dauerhaft drauf. Du hast keinen einzigen Schuss daneben gesetzt. Echt? Ja. Also Julian, du rettest genau rein. Ich hab halt gewusst, in welcher Ecke er sitzt. Hab direkt drauf gezielt. Dann dachte ich mir so, boah, der ist fullflasht, hat keine Chance, weißt du? Mach dir jetzt noch fullflasht weg! Ich hab so'n Lacker, ne? A lang, einer. Dwei A lang, beide Runden. Einer zumindest. Pass auf, er kann mitbekommen. Und einer hinter dir. Hinter dir! Ah! Ach, dahin! Hä? Ja, ich hab ja gesehen... Ach so, da hochgekommen. Ah! Scheiße! Ich hab gesamte Internü... Ich weiß, was du hinter mir gesagt hast, deswegen hab ich mich auch umgedreht, hab da hinten keiner gesehen, wollte nachladen. Und dann dachte ich, er kommt vor mir, weil ich... Ich dachte, die Flashes kamen von, ähm... Unter dem... Unter dem Helikopter. Oh, Scheat! Heat! Heat. F11 steht's jetzt. Heat! Hast du noch irgendetwas zum Einxitzen, Rader? te egal. Lass es dir jetzt glauben, Let me dans your area okay. Hä, das war voll der gute Täusungsversuch. Wir sind bei sich am spawnen. Ja, ich auch. Wir sind beide bei uns am spawnen, dauerhaft. only die ganze Zeit. wir bleiben jetzt auf den rest der runde stehen nein ich wollte radmesser der ist bei der bombe direkt direkt bei der bombe egal jetzt einfach rein nein schade so ein knappes match ich hätte nicht gedacht dass wir gewinnen vor allem nicht am anfang mit 5-2-0 war das ein knappes match man ich hätte nicht gedacht dass wir gewinnen mega knapp holy shit da muss ich schwitzen was denn das wünschen ist man Leute zuhören die Tue noch weitergefallen sind lasst den Post auf den Dauer und bis zur nächsten Folge tschüss und 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 Bis zum nächsten Mal.